Hallo, mein Name ist Thorsten Zeller und ich bin Geschäftsführer der Atoka GmbH AllesKlima. Wir sind ein führendes Unternehmen in NRW im Bereich der Privatmarktklimatisierung mit den Standorten in Herten, Dortmund und Münster. Wir stehen hier vor unseren Atoka Show-Trucks, in dem wir euch die Daikin-Klimageräte auf Messen und Veranstaltungen hautnah präsentieren können. Ich möchte gerne in den folgenden Serien die einzelnen Produktlinien der Daikin-Wandklimageräte euch näher erläutern. Heute betrachten wir die Daikin-Einstiegsserie Comfora mit der Typenbezeichnung FTXP. Hierbei starten wir mit hoher Effizienz und bestem Preis-Leistungs-Verhältnis in die Daikin-Klima-Wand. Das Gerät ist von 2 bis 7 kW Kälteleistung verfügbar, kann an eine Multi-Spät-Außeneinheit eingeschlossen werden, aber da ist zu beachten, dass wir nur maximal zwei Inneneinheiten anschließen können. Ab Sommer 2020 sogar drei Inneneinheiten. Kommen wir zum Design. Es ist diskret gestaltet. Wenn ich es einschalte, fährt die Luftleitlamelle auf und der 3D-Autoswing kombiniert vertikale und horizontale Luftströme. Durch den flüsterleisen Betrieb ist es so gut wie gar nicht wahrzunehmen. Für gute Luft ist dank Silberallergen und Luftfilter gesorgt. Als Option ist auch ein WiFi-Controller erhältlich, mit der ich die Anlage von jedem beliebigen Ort steuern kann. Egal für welche Geräteserie ihr euch entscheiden solltet, ihr könnt sicher sein, dass ihr mit einem Daikin-Klimagerät ein professionelles, energieeffizientes und flüsterleises Gerät bekommt. Ich hoffe, das Video war hilfreich und wir haben euch ein wenig durch den Daikin-Typen-Dschungel leiten können. Euer Atoka Team